Und damit hallo und halt zu score, liebe Zuschauer. Das Duell dritter gegen zweiter in der Hauptstadt Portugals. Das war nicht das einzige Highlight. Nein, es gab auch einen Meister zu feiern. Wir starten aber erst einmal in Russland, denn auch da wurde der Titel vergeben. Gleich haben wir einen Blick auf das portugiesische Hauptstadt-Duell Sporting gegen Benfica. Denn dort wurde der Meister gekürt. Das ist der FC Porto. Wie das zu beurteilen, ob er den ersten Sieg geholt hat. Das verraten wir Ihnen nach einer kurzen Pause, in der Sie 100.000 Euro gewinnen können. Viel Glück, bis gleich. Noch mehr Video-Highlights aus unseren internationalen Top-Ligen. Die finden Sie wie gewohnt auf sport1.de. Gerne mal reinklicken und up-to-date bleiben. Und dann beim nächsten Mal wieder mit dabei sein bei Score am kommenden Dienstag um 23.15 Uhr. Bis dahin und jetzt ganz viel Spaß mit Bundesliga aktuell. Jochen Stutzke übernimmt. Ciao.